Ich habe das EMO in der Kurve komplett gedreht. Ich konnte noch anhalten, aber dann haben jemand von hinten durch das EMO durchgeschoben. Und dann habe ich wieder vorne hinten 100 und irgendwie auch wahrscheinlich wieder meine 2 Minuten. Und ja. Das dauert auch ewig, um den Fuel zu wechseln. Ja. Also das heißt, Aufregung, wenn du halt komplett kaputt bist. Das geht ja immer noch schnell, Philipp. Ich war ja auch nach meinem ersten Boxenstopp da. Also nach dem zweiten eigentlich, nach dem Zusammenkommen mit UNIQ immer noch auf gutem Kurs. Und dann hat es mich noch...